Ich rufe auf die Zusatzpunkte 22 bis zu uns. So, jetzt kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt und zwar soll es da um Klimaschutz gehen. Es ist ein wegweisender Richterspruch gewesen in der vergangenen Woche, der die Politik zu einer effektiveren Klimaschutzpolitik zwingt. Die Bundesregierung darf nämlich nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts die Reduzierung von Treibhausgasemissionen nicht einseitig auf Kosten der nächsten Generationen planen. Mit dieser Begründung gaben die Karlsruher Richter den Klagen von neun Jugendlichen gegen das Klimaschutzgesetz der Großen Koalition teilweise recht. Die Bundesregierung hat bereits Eckpunkte vorgelegt zu mehr Klimaschutz. Es soll jetzt ganz schnell gehen. Allerdings ist das heute noch nicht Gegenstand der Verhandlungen, sondern verschiedene Vorlagen der Grünen. Jetzt von der Parteivorsitzenden Annalena Baerbock hier vorgestellt und die Debatte eröffnet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, das Bundesverfassungsgericht hat uns eine klare Botschaft auf den Weg gegeben. Wer das Klima schützt, schützt unsere Freiheit. Klimaschutz ist nicht nur Umweltpolitik. Klimaschutz ist Sozialpolitik. Klimaschutz ist Industriepolitik. und Klimaschutz ist Sicherheitspolitik. Es geht jetzt ums Ganze. Es geht jetzt darum, dass wir als Gesellschaft gemeinsam auf den 1,5 Grad Pfad kommen. Und eigentlich hatten wir uns alle hier in diesem Hohen Haus, jedenfalls alle Demokratinnen und Demokraten, schon einmal darauf verpflichtet. Am 22.09.2016, als wir hier gemeinsam einstimmig das Pariser Klimaabkommen ratifizierten, dass Sie jetzt, ein paar Jahre danach, ein Klimaschutzgesetz mit schärferen Zielen nächste Woche verabschieden wollen, das ist gut und richtig. Aber nicht gut ist, ist, dass Sie einfach nur Ziele formulieren. Und der Weg dahin fehlt. Wer einen Wald verspricht, der muss auch Bäume pflanzen. Wir brauchen jetzt konkrete Maßnahmen. Und es liegt alles auf dem Tisch. In den letzten Jahren wurden diese Maßnahmen erarbeitet. Von Parteien, aber vor allen Dingen von Klimawissenschaftlern, von jungen Leuten und wahnsinnig vielen Unternehmen. Was jetzt fehlt, ist eine Politik, die Klimaschutz zum Kern jedes politischen Handelns macht. Und zwar ressortübergreifend. Daher schlagen wir Ihnen hier gemeinsam vor, jetzt ein Klimaschutz-Sofortprogramm auf den Weg zu bringen. Ein Klimaschutzgesetz mit einem Klimaziel, das sich an Paris orientiert. Minus 70 Prozent bis 2030. Eine deutliche Beschleunigung der erneuerbaren Energien. Den Abbau von umweltschädlichen Subventionen. Den Kohleausstieg vorziehen. Emissionsfreie Autos nur noch zulassen ab 2030. Und vor allen Dingen ein Klimapakt zum Umbau unserer Industrie. Wenn Sie jetzt sagen, das kriegen wir alles diese Woche nicht hin, dann stimmt das. Wir werden solche großen Maßnahmen nicht jetzt diese Woche schaffen können. Vielleicht auch nicht in den nächsten verbleibenden Wochen dieser Legislatur. Aber dann lassen Sie uns gemeinsam das anpacken, was wir heute hier schaffen können. CO2 sammelt sich an der Luft an. Das verschwindet da nicht einfach nach ein paar Jahren. Genau das ist ja das Schwierige am Klimaschutz. Und deswegen kommt es so stark auf jede Woche, auf jeden Monat, auf jedes Jahr an. Wir stoßen derzeit 740 Millionen Tonnen Treibhausgrase pro Jahr aus. Wenn wir das jetzt jedes Jahr bis 2030 so weitermachen, dann haben wir 2030 kein Budget mehr. Das ist die klare Botschaft des Bundesverfassungsgerichts. Das ist die klare Botschaft, dass wir jetzt im Hier und Heute handeln müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Zeiten, in denen man sich einfach hinter hehren Zielen für 2030 oder 2040 oder 2050 verstecken kann, diese Zeiten sind vorbei. So ehrlich müssen wir sein. Die haben wir in den letzten fünf Jahren verplempert. Es ist jetzt kein Raum mehr für parteitaktische Spielchen. Ja, wir stehen vor dem Wahlkampf. Ja, wir haben noch fünf Monate Zeit. Aber das entbindet uns nicht von unserem politischen Handeln im Hier und Heute. Herr Dobrindt, er ist jetzt, glaube ich, nicht da oder ich sehe ihn nicht, hat gerade vorgeschlagen, 45 Euro die Tonne für CO2 ab nächstem Jahr. Das sind nicht ganz die 60 Euro, die wir wollen. Aber dann lassen Sie uns das machen, liebe Union. Wir können das gemeinsam heute hier beschließen. Oder Herr Mürsch, du bist ja auch noch gleich dran. Hast vorgeschlagen, jetzt rede ich gerade mit euch Sozialdemokraten, aber wenn ihr nicht zuhören wollt. Du hast vorgeschlagen, als SPD jetzt gemeinsam den erneuerbaren Ausbau zu beschließen. Ja, gerne. Genau das müssen wir machen. Denn ohne Ausbau von Wind und Solar sind alle Klimaziele nichts. Wir schlagen deswegen heute ganz konkret vor. Wir schlagen heute deswegen ganz konkret vor. Und ich bin gespannt, ob ihr einschlagt, liebe Sozialdemokraten oder liebe Union. Paragraph 4 des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes zu ändern. Wir erhöhen heute hier gemeinsam den Pfad für den Ausbau der erneuerbaren Energien für das Jahr 2020. Das ist heute unsere Aufgabe. Auf 64 GW. Da geht es jetzt nicht um Opposition oder Regierung. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es ist Staatsziel. Und zwar alle gemeinsam. Es geht jetzt darum, die verfassungsrechtlich verbrieften Freiheitsrechte unserer Kinder gemeinsam hier zu schützen. Und das ist nichts Neues eigentlich in unserer Geschichte. Unser Land beruht darauf, dass in Zeiten des Umbruchs durch entschlossenes politisches Handeln wir gemeinsam als Gesellschaft einen großen Schritt vorangekommen sind. 45 nach dem Krieg gemeinsam gehandelt. In den 60ern die Sozialdemokraten, die soziale Marktwirtschaft auf den Weg gebracht. Oder in den 90ern die Wiedervereinigung und die europäische Integration. An solch einer historischen Wegscheide stehen wir heute wieder. Wir können gemeinsam den Ausstieg aus der fossilen Energie einleiten. So wie wir 57 gemeinsam die Wirtschaftsgemeinschaft für Kohle, Öl und Stahl gegründet haben. Jetzt den Green New Deal für Europa und für Deutschland. Ja, Sie können andere Vorschläge haben. Ja, Sie können sagen, wir erreichen anders das Klimaziel. Lassen Sie uns darüber diskutieren. Das ist der Sinn und Zweck von Politik. Aber wo wir, wo ich nicht mitmache, ist Klimaschutz weiter in Sonntagsreden. Wir als Gesetzgeber haben es in der Hand. Lassen Sie es uns besser machen und zwar gemeinsam. Herzlichen Dank. Ja, Annalena Baerbock, die Parteivorsitzende der Grünen. Die Grünen greifen natürlich den Karlsruher Richterspruch von der vergangenen Woche hier auf und drängen auf mehr Klimaschutz noch vor der Wahl. Lassen Sie uns das gemeinsam machen. Ein Klimaschutz-Sofortprogramm, was den Ausbau der erneuerbaren Energien anbelangt und anderes. Und hören wir mal, wie jetzt die Reaktion ausfällt. Stefan Stracke für die Union. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Klimaschutz ist in der Verfassung festgeschrieben. Artikel 20a Grundgesetz. Das Bundesverfassungsgericht hat das bestätigt. Und das ist unser Staatsziel, das wir uns gemeinsam gegeben haben. Das ist eine Initiative der Union gewesen in diesem Bereich. Und deswegen fangen wir nicht in irgendeiner Weise beim Klimaschutz bei Null an. Wir sind wesentliche Schritte bereits gegangen. Wir haben den Ausstieg hin zur Klimaneutralität bereits festgeschrieben. Und deswegen finde ich, dass wir beim Klimaschutz ja mehr machen müssen. Das, was das Bundesverfassungsgericht uns in Auftrag gegeben hat, ist ein klares Signal und ein deutlicher Auftrag. Und diesen deutlichen Auftrag nehmen wir auch ernst und beschleunigen unseren Fahrplan für den Klimaschutz. Denn das Bundesverfassungsgericht fordert mehr Klarheit und Verbindlichkeit über den Weg zur Klimaneutralität. Das heißt, mehr Tempo, mehr Ambition. Und wir werden das Klimaschutzgesetz entsprechend verbessern. Und genau das liefert diese Koalition in Rekordtempo. Wir erhöhen das nationale Klimaziel für 2030 deutlich von bisher minus 55 auf mindestens minus 65 Prozent. Das heißt, 2030 sind 20 Prozent weniger Emissionen erlaubt im Vergleich zu dem, was bisher ist. Das ist eine deutliche Verschärfung. Und das zeigt, wir nehmen Klimaschutz ernst und wir verschärfen hier in dieser Weise das bestehende Klimaschutzgesetz. Wir richten dabei die deutsche Klimapolitik bereits jetzt auf das neue, erst vor kurzem final beschlossene EU-Klimaziel 2030 aus. Das liegt jetzt bei minus 55 Prozent, statt bisher bei minus 40 Prozent. Und Deutschland leistet damit offensiv einen Beitrag zum Gelingen des europäischen Green Deal. Deutschland trägt als wirtschaftlich starkes Land damit auch in Zukunft mehr als andere zum Erreichen des EU-Klimaziels bei. Und wir schreiben ein klimaneutrales Deutschland für 2045 fest und stecken die Wegmarken dorthin klar ab. Das Klimaschutzgesetz wird damit deutlich ambitionierter und besser. Mehr Klimaschutz jetzt und Klarheit über den künftigen Kurs, das sichert Generationengerechtigkeit und verbindet im Übrigen auch unser Wirtschaften, unseren Wohlstand mit Klimaschutz, noch besser als zuvor. Das sind die Kernaufgaben, an denen wir uns messen lassen wollen. Die Richter haben ja in erster Linie bei diesem Bundesfassungsgerichtsurteil moniert, dass wir bislang unsere Klimaziele nach 2030 nicht hinreichend konkretisiert haben. Sie haben nicht gesagt, dass das Ziel der Klimaneutralität, das wir uns längst gegeben haben, haben Sie nicht infrage gestellt. Auch das nicht moniert, sondern den Weg dorthin sollen wir klarer beschreiben, einen klaren Planungshorizont eröffnen. Und genau das tun wir. Dabei bleiben wir nicht dort stehen, sondern lenken das Augenmerk auch auf das, was wir uns jetzt in der unmittelbar vor uns liegenden Zeit vornehmen können, nämlich bis 2030, denn das, was wir jetzt tun, haben wir später schon geleistet. Klimaschutz braucht nicht nur Ziele. Es braucht natürlich auch ganz konkrete Maßnahmen. Wir wollen, dass wir hier in dieser laufenden Wahlperiode möglichst viel hinbekommen. Darauf zielen all unsere Gespräche in der Koalition ab. Aber natürlich bleibt es auch eine Kernaufgabe für die künftige Bundesregierung, diese Ziele dann noch genauer durchzubuchstabieren. Entscheidend ist, dass wir bei all den Maßnahmen mit dem richtigen Kompass zu Werke gehen. Klimaschutz braucht Kosteneffizienz. Wir müssen Klimaschutz so hinkriegen, dass wir die eine Frage der Generationengerechtigkeit, nämlich den Klimaschutz, nicht dadurch heilen, dass wir bei einer anderen Generationenaufgabe, nämlich den Staatsfinanzen, der Verschuldung der öffentlichen Hand, nicht eine tiefe Wunde aufreißen. Das gelingt uns nur, wenn wir bei allem, was wir auch an neuen zusätzlichen Maßnahmen auf den Weg bringen wollen, möglichst kosteneffizient vorgehen. Mit jedem Euro, den wir einsetzen, müssen wir so viel Klimaschutz schaffen wie möglich. Das hat natürlich auch viel mit Akzeptanz zu tun und mit dem sozialen Ausgleich. Darauf achten wir. Klimaschutz braucht Kosteneffizienz, braucht Markt und Wettbewerb, Anreize und Innovation. Das wollen wir im Rahmen der anstehenden Gespräche miteinander in der Koalition bereden, möglichst auch darüber hinaus. Das ist unser gemeinsames Ziel. Herzlichst Dankeschön. Stefan Stracke war das für die Unionsfraktion. Ja, und er hat gesagt, ein schärferes Klimaschutzgesetz in Rekordtempo will die Regierung hier vorlegen. Diese Woche Mittwoch gab es Eckpunkte dazu. In der kommenden Woche soll das Papier im Kabinett verabschiedet werden. Grundlage dieser Debatte sind ja die Vorschläge der Grünen. Und hören wir mal, was die AfD dazu sagt, Carsten Hilse. Bitte die Maske ab. Aber natürlich, wollte ich es sofort machen. Danke. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren, liebe Landsleute! 7. Mai, 21, Schneeregen am Vormittag, und wir reden über Erderwärmung. Super! Die grünen Kommunisten fühlen sich ermuntert. Klimaschutz ist jetzt zu propagieren, weil Richter des Bundesverfassungsgerichts das Grundgesetz in seinen Kernelementen beerdigt haben. Sie übergaben die weiße Fahne der Selbstaufgabe an die grünen-roten Kommunisten und ihre Mitläufer in allen Parteien, die ihren schleichenden Staatsstreich seit nunmehr 30 Jahren zielstrebig betrieben und siegreich beendet haben. Damit ist nach den als vierte Gewalt bezeichneten Medien der Exekutive, der Legislative auch die Judikative, zumindest das oberste Gericht, offensichtlich zu einem großen Teil in der Hand derer, die Deutschland zu einem totalitären, antifreiheitlichen Staat umbauen wollen, beziehungsweise das zulassen. Und Frau Merkel war von Anfang an dabei, nicht als Zuschauerin oder Geopfer, sondern als Mittäterin. Die Richter taten dies, indem sie das Föderalismusprinzip als Element der Gewaltenbeschränkung, das Demokratieprinzip und das Rechtsstaatsprinzip mit inhaltslosen Klimaschutzbegründungen in die Tonne beförderten. Von jetzt an dürfen Regierungen wie beim Infektionsschutzgesetz nach belieben Freiheitsrechte einschränken, weil, so die Richter, Zitat, künftig selbst gravierende Freiheitseinschränkungen zum Schutz des Klimas verhältnismäßig und verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein können, Zitat Ende. Sie eröffnen damit einen Freibrief für alle bestehenden und noch geplanten Klimaschutz ist jetzt Maßnahmen, die allein der Reduktion von CO2-Maßnahmen dienen und dafür grundgesetzlich garantierte Freiheitsrechte auszuhebeln. Gestern diente der beliebig manipulierbare Inzidenzwert dazu, morgen wird es das Pariser 2-Grad-Ziel sein. Damit machen die Richter einfach mal so, das bloße Staatsziel in Artikel 20a, Grundgesetz durch Umdeutung zur Rechtfertigung für alle möglichen Arten der Freiheitsberaubung, aber gerade der Artikel 20a Grundgesetz als Begründung zu missbrauchen, ist vollkommen absurd. In ihm geht es nicht um Klimaschutz, sondern um den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und Tiere. Gerade deshalb ist der Artikel 20a Grundgesetz eigentlich die stärkste Waffe, um die Verfassungswidrigkeit der mit Klimaschutz begründeten Energiewende und der damit einhergehenden Umweltzerstörung zu begründen. Aber so wie diese Regierung und ihre Helfershelfer den Menschen in Orwellscher Art erzählen, dass Zwang Freiheit ist, dass Mangel Reichtum ist, dass Flatterstrom Versorgungssicherheit ist, dass Insolvenz Solidarität ist, Spaltung Einheit ist, so erzählen sie uns, dass Umweltzerstörung Umweltschutz sei. Was für eine Perversion! Der Rechtswissenschaftler Professor Josef Franz Lindner sagt dazu, ich zitiere, das ist ein Hammerurteil, eine verfassungsrechtliche Bombe mitten in der Corona-Zeit, ein Paukenschlag für die Einschränkung von Grundrechten in Deutschland. Mit Corona und Klima wären Freiheitsbeschränkungen zum Narrativ der deutschen Politik. Der Klimaschutz wird zum Super-Verfassungsgut erklärt und erhält durch dieses Urteil ein solches Gewicht, dass er nahezu jegliche Grundrechtseinschränkungen rechtfertigen kann. Zitat Ende. Bisher unvollstellbare Eingriffe werden somit juristisch legitimiert. Die Bundesregierung kann den Bundesbürgern zukünftig verbieten, in den Urlaub zu fliegen, Auto zu fahren oder Fleisch zu essen. Selbst Eigentumenteignungen werden möglich. Alles auf Beschreben der Kommunisten in diesem Parlament und mit dem zukünftigen Segen des Bundesverfassungsgerichts. Die beteiligten Richter geben den Feinden der freiheitlich-demokratischen Rundordnung klar zu verstehen. Zitat Professor Lindner. Ihr könnt hier scharf vorgehen und Freiheiten der Bürger beschneiden. Das würden wir akzeptieren. Was sich anhört wie eine Horrorszene in ferngeglaubten kommunistischen Regimen könnte also auch hierzulande bald zum Alltag werden. Zitat Ende. Liebe Landsleute, wenn Sie Freiheit und Demokratie wollen, Kommen Sie bitte zum Ende. Letzter Satz. Verhindern Sie, dass Kommunisten im September die Regierung übernehmen. Wählen Sie Grünen und Ihre potenziellen Koalitionspartner ab. Vielen Dank. Danke. Das Wort geht an die Fraktion der SPD mit Dr. Matthias Miersch. Und er ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Hilse, wenn es noch eines Beweises bedurft hat, dass Sie vom Verfassungsschutz beobachtet gehören, dann war das Ihre Rede. Es ist unvorstellbar, mit welchen Worten Sie das oberste Gericht dieses Landes diskriminiert und diskreditiert haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Annalena Baerbock, zunächst, ich hätte mir ein bisschen mehr Lob gewünscht. Aber das ist in diesen Zeiten wahrscheinlich nicht drin. Vor anderthalb Jahren haben Sie hier mir eine Zwischenfrage gestellt, als das Klimaschutzgesetz zur Diskussion stand und haben gesagt, naja, das ist doch eigentlich alles unverbindlich. Für die SPD-Bundestagsfraktion kann ich hier heute festhalten, ich glaube, das Klimaschutzgesetz ist nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz mit die größte Errungenschaft, die die hier energiepolitisch, gesetzgeberisch tatsächlich geleistet worden ist. Keine Bundesregierung zukünftig wird mehr entgehen können der Messlatte, ob die Ziele tatsächlich erreicht werden. Und es ist das Zusammenspiel zwischen den Verfassungsorganen in einem demokratischen Rechtsstaat, auch gerichtlich überprüft zu werden und gegebenenfalls nachschärfen zu müssen. Deswegen sage ich allen Kommentatoren, die gesagt haben, Klatsche für die Regierung, das ist das, was wir hier tatsächlich geschaffen haben, eine Grundlage, dass jeder sieht, können wir Ziele erreichen, ja oder nein. Das ist gelebte Demokratie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das Spannende ist ja der Weg. Und ich finde das vollkommen richtig, dass wir versuchen sollten, so viel wie möglich gemeinsam zu machen. Für mich ist der Schlüssel zum Erreichen der Ziele tatsächlich der massive Ausbau der erneuerbaren Energien. Und die SPD-Bundestagsfraktion hat, obwohl wir in dieser Großen Koalition ganz unterschiedlicher Auffassung waren, ganz, ganz viel in diesem Bereich durchgesetzt. Dass wir ein Mieterstrommodell haben, ist ein Erfolg, weil so Energiewende tatsächlich für alle eine Möglichkeit wird. Dass wir Kommunen beteiligen an Windparks, dass wir steuerliche Änderungen dort gemacht haben, ist ein Riesenerfolg. Und wenn wir sehen, Frau Baerbock, wie das dann in Ihren mitregierten Ländern ist, dann sehen wir die großen Herausforderungen. Deswegen gibt es dort keinen Grund, glaube ich, sich selbstgerecht zurückzulegen. Das, was Baden-Württemberg die letzten fünf Jahre geleistet hat, war ein Armutszeugnis im Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben hier mit CDU, CSU streiten müssen, ob es bundesweite Abstandsregeln im Wind gibt. In Hessen haben die Grünen locker mal solche Abstandsregeln mitgemacht. Herr Abgeordneter, erlauben Sie eine Zwischenfrage von dem Kollegen Krischan von der Bündnis 90 der Grünen? Selbstverständlich. Ja, Oliver Krischer fragt für die Grünen. Herr Kollege Miersch, ich finde es ja immer schön, wenn die SPD hier ankommt und verkündet, was man eigentlich alles tun müsste. Ich frage mich ja die ganze Zeit, wer hier regiert. Und es ist noch nicht so ganz lange her, da hat die SPD sogar den Wirtschafts- und Energieminister gestellt. Der hieß Sigmar Gabriel. Ich weiß, da erinnern Sie sich nicht mehr so gerne dran. Der Name ist in der SPD nicht mehr so ganz populär. Aber der hat hier etwas eingeführt. Das waren Ausschreibungen bei erneuerbaren Energien, die ganz bewusst den Süden Deutschlands benachteiligt haben. Und Sie können sich an den Ausbauzahlen in Baden-Württemberg und Hessen ansehen, dass genau mit diesem Zeitpunkt an der Stelle Schluss war mit dem Ausbau. Dass wir in der Windenergie so hängen, ist Ergebnis sozialdemokratischer Politik. Und es wäre mal ehrlich, mal zuzugeben, dass Sie da eine Verantwortung tragen. Und sich dann hier hinzustellen und zu sagen, die SPD hat eine Menge geleistet, ein Mieterstromgesetz, was in der Fachszene als Mieterstromverhinderungsgesetz bezeichnet wird. Das hat ehrlich gesagt Chuzpe. Das hat Chuzpe und das hat nichts mit der Realität draußen zu tun. Wir haben einen Zusammenbruch des Ausbaus der erneuerbaren Energien bei der Windenergie. Und das ist das Ergebnis Ihrer Koalition, weil Sie am Ende nicht hier geliefert haben, weil Sie hier nicht die Grundlage geschaffen haben. Und deshalb haben wir die Probleme beim Klimaschutz. Und deshalb werden wir international in Deutschland inzwischen abgehängt, Herr Mirsch. Und da würde mich mal interessieren, wie die SPD das anders machen will. Herr Kollege Krischer, zunächst, das weiß ich ja, dass es auch immer so diese Argumentation ist, weil es bundesrechtliche Regeln gibt, deswegen gelingt es nicht. Gucken Sie sich die Ausbauquote in Baden-Württemberg mit allen vergleichbaren Ländern im Süden an. Sie werden feststellen, es ist nicht geliefert worden von der grün-regierten Landesregierung. Gucken Sie sich an, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, bitte, es darf keine bundesweiten Abstandsregeln im Wind geben. Und es hat uns viel Kraft gekostet mit der CDU, CSU, das zu diskutieren und letztlich bundesweite Abstandsregeln zu verhindern. Gucken Sie sich dann an, wie Sie einfach in Hessen einen Haken gemacht haben. Das ist dann Worte und Taten vergleichen. Und da sind Sie unglaubwürdig in Hessen. Und Sie könnten sofort aufheben. Wo ist die Initiative? Gucken Sie sich Schleswig-Holstein an, wo Herr Habeck Berechnungsmodelle gemacht hat. Die rechnen heute noch. Gucken Sie sich den Windausbau im Norden an. An dieser Stelle jetzt, zu diesem Zeitpunkt, in den letzten drei Jahren. Sie werden feststellen, Flaute. Und insofern müssen Sie sich daran messen lassen. Aber, Herr Krischer, jetzt müssen Sie mir auch mal antworten. Wenn Sie die Ausschreibung ansprechen, dann ist das genau der Punkt, um den gerungen werden muss. Und wir haben hier eine Koalition. Und deswegen sage ich Ihnen auch. Das ist Politik, wo wir durchaus, weil die EEG-Umlage kontinuierlich angestiegen ist, in den letzten Perioden auch eine Diskussion darüber hatten, ob wir das Ganze begrenzen. Und insofern zum Beispiel haben wir auch in dieser Periode darüber gefochten, ob es einen Solardeckel weitergeben soll, der den Photovoltaikausbau verhindert. Das wollte der Bundeswirtschaftsminister. Es hat viel, viel Kraft gekostet, dass dieser Solardeckel endlich aufgehoben wurde. Und dafür haben wir gekämpft. Und Demokratie, Herr Krischer, besteht eben nicht einfach so, man kann es machen. Sie suggerieren, Sie suggerieren, dass Sie hier alles locker mal umwandeln könnten. Demokratie gehört auch in dem Suchen von Mehrheiten. Und das ist in einer Koalition, wie Sie es überall sehen, da, wo Sie mitregieren, eben nicht einfach. Deswegen sage ich Ihnen, ich bin froh. Und der entsprechende Verband hat zum Mieterstrommodell gesagt, es ist eine kleine Sensation, die uns da gelungen ist. Insofern ist das meines Erachtens etwas, wo man sagen kann, wir haben was geschaffen. Aber ich bin bei Ihnen. Und ich bin auch bei Ihnen, wenn Sie sagen, das reicht alles nicht. Deswegen brauchen wir ein... Ne, bleiben Sie noch... Das war noch... Das ist noch meine Antwort. Ja, das können Sie jetzt nicht ertragen, nicht? Aber... Aber, dass es einer großen Kraftanstrengung braucht, zwischen Bund, Ländern und Kommunen tatsächlich zu verbindlichen Ausbauzielen zu kommen, das steht fest. Und deswegen werden wir am Sonntag auch in unserem Programm... Kommen Sie bitte zum Ende der Beantwortung der Frage von Herrn Krischer. Ja, den Satz mache ich noch. Dass wir einen Zukunftspakt brauchen in diesem Land, der aus verbindlichen Ausbauzielen besteht. Und jedes Bundesland, und Sie könnten in Ihren regierten Bundesländern damit auch anfangen, braucht mindestens zwei Prozent der Fläche zum Windkraftausbau. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Baerbock, wir ringen weiter um den besten Weg. Und zwei Sachen, die will ich Ihnen sagen in dem Antrag, die gehen dann eben nicht, wenn Sie den großen Versöhner geben. Wir hatten im Dezember 2019 einen parteiübergreifenden Konsens bei der CO2-Bepreisung zwischen Grünen, CDU, CSU und SPD. Weil wir wissen, wenn ein Preis falsch angelegt wird, kann er zu sozialen Verwerfungen führen. Dass Sie das jetzt mal kurz über Nacht aufkündigen, innerhalb von anderthalb Jahren, finde ich unredlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Dass Ihr Parteivorsitzender im Dezember noch sagt, wir brauchen 2030 ein Ausbauziel bzw. ein Klimaschutzziel von 65 Prozent aufgrund der EU. Und mal kurz die Anpassung jetzt in Ihrem Antrag auf 70 Prozent ist, finde ich, spricht auch eine deutliche Sprache, wenn es um Redlichkeit geht. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das Letzte, was ich Ihnen sagen will, ist, wenn Sie dann den Kohleausstieg mal kurz so wegstreichen, dann ist das genau die Gefährdung, die wir nicht wollten. Denn dieser Kompromiss ist mit den Regionen, mit der Industrie, mit den Gewerkschaften zusammengeschmiedet worden. Der kann früher stattfinden aufgrund der Gegebenheiten. Aber der SPD ist es wichtig, nicht nur einfach eine Zahl zu setzen, sondern die Beschäftigten mitzunehmen, die Regionen eine Chance zu geben. Das unterscheidet uns. Wir brauchen die gesamte Gesellschaft. Wir brauchen keine Spaltung, sondern Solidarität. Und dafür haben sich Leute bei uns vor 150 Jahren zusammengetan. Zukunft, Klima geht eben nur mit der Empathie auch derjenigen, die Angst vor dem Wandel haben. Und insofern bitte ich Sie wirklich, diesen Kompromiss jetzt nicht infrage zu stellen. Das schließt nicht aus, dass es deutlich schneller gehen kann. Aber es schließt aus, dass man die Vereinbarungen, die getroffen sind in Sachen Strukturhilfen, Anpassungsgeld etc. nicht infrage stellt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und Matthias Miersch hat in Richtung der Grünen und auch in Richtung Annalena Baerbock auch noch mal auf den CO2-Preis abgestellt. Ich möchte Ihnen die Möglichkeit geben, eine Erklärung nach § 30 der Geschäftsordnung zu geben. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, für die Möglichkeit. Ich möchte klarstellen, dass ich so, wie ich das Bundespräsidentenamt achte, nur den Bundespräsidenten für eine Fehlbesetzung halte, achte ich auch das Bundesverfassungsgericht. Ich stelle nur in Frage, dass die Richter dort ein gutes Urteil gefällt haben. Und einer meiner Hauptkritikpunkte war, und selbst Frau Baerbock hat es falsch zitiert, dort steht im § 20 Absatz A Grundgesetz, steht nichts von Klimaschutz, nicht ein Wort. Ich zitiere es für Sie. Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsgemäßen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und Rechtsprechung. Wo, bitte, steht hier das Wort Klima drin? Und Sie wollen mit Ihren Anträgen, mit Ihrer Klimaschutzpolitik und gestützt durch das Urteil einiger Richter des Bundesverfassungsgerichts bringen Sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Gefahr. Und deswegen sind Sie eigentlich ein Fall für den Verfassungsschutz. Es geht weiter in der Debatte mit Dr. Lukas Köhler von der FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, an dieser Stelle muss man noch so mal ein bisschen mit dem, was das Bundesverfassungsgericht wirklich gesagt hat, aufräumen. Das Bundesverfassungsgericht macht im Kern drei wichtige Dinge. Die meisten Teile der Klage werden ja abgewiesen. Aber im Kern kommen drei wichtige Beschlüsse, die das Bundesverfassungsgericht noch mal in den Vordergrund stellt, raus. Und es macht vielleicht Sinn, gerade bei so einem Riesenprojekt wie dem Klimaschutz darüber nachzudenken, was ganz genau auch dieses extrem wichtige Verfassungsorgan, ich würde das nicht so diskreditieren, wie die AfD das tut, dieses extrem wichtige Organ unseres Rechtsstaats beschließt. Die drei Punkte sind relativ eindeutig, sehr, sehr klar. Zum einen spricht das Bundesverfassungsgericht ganz deutlich, ganz eindeutig über die sogenannte intertemporale Verantwortung. Ein urliberaler Ansatz zu sagen, wir heute lebenden Menschen haben Verantwortung für kommende Generationen. Wir müssen heute dafür sagen, dass die Freiheit kommender Generationen geschützt ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist der Kern der darauf folgenden Punkt und das ist übrigens auch die Ableitung aus dem 20a. Denn da geht es um Nachhaltigkeit, um die Verantwortung gegenüber kommenden Generationen, die auch da und eindeutig hier im Klimaschutz belegt ist. Der zweite Punkt ist die Internationalität des Klimaschutzes. Das Bundesverfassungsgericht gibt uns den Auftrag, national zu handeln, aber vor allen Dingen in die internationale Ebene zu schauen, darauf zu schauen, wie wir das eigentlich alles umsetzen können. Und der dritte Punkt, und da mit der Erlaubnis der Präsidentin würde ich da gerne das Bundesverfassungsgericht zitieren, der dritte Punkt ist die Technologieneutralität. Das Bundesverfassungsgericht führt aus, der Staat wäre weder in der Lage, noch ist es seine Aufgabe, die technologischen Entwicklungen und den Ausbau für die Infrastruktur selbst zu erbringen. Es könnte dem Gesetzgeber kaum gelingen, die erforderlichen Entwicklungen konkret vorherzusagen. Und das ist ein ganz, ganz zentraler Bestandteil dieses Urteils. Den kann man nicht mal einfach so wegwischen, auch nicht mit einem Antrag der Grünen. Wir können jetzt dieses Verfassungsgesetz, wir können aber vor allem den Klimaschutz auf unterschiedliche Wege umsetzen. Da gibt es gute Vorschläge aus allen Richtungen. Ich möchte mal zwei aufgreifen. Ich lasse mal dieses etwas kopfloses Agieren der Bundesregierung weg. Aber wir unterhalten uns ja über den Antrag der Grünen. Und Frau Baerbock, Sie haben, finde ich, sehr, sehr schön gesagt, wer einen Wald verspricht, der muss auch Bäume pflanzen. Aber wer einen Wald pflanzt, der darf ihn vor lauter Bäumen nicht aus den Augen verlieren. Und das ist das, was mit Ihrem Antrag passiert. Das ist das Problem Ihres Antrags. Denn Sie haben 33 Maßnahmen eingeführt und Sie fangen an mit der Idee, vor 2030 das Klimaschutzgesetz anzupassen. Das Bundesverfassungsgericht gibt uns den klaren Auftrag, nach 2030 einen Senkungspfad aufzurufen. Das ist ein ganz zentraler Bestandteil. Aber man könnte jetzt argumentieren, das Verfassungsgericht sagt uns auch, wir müssen mit der Verantwortung heute so sinnvoll umgehen, dass kommende Generationen Handlungsoptionen haben, dass sie Chancen haben, dass sie Möglichkeiten haben. Das heißt, im Kern ruft das Bundesverfassungsgericht uns dazu auf, dass wir eine Agenda aufsetzen, die Technologie, die neue Möglichkeiten, die industrielle Entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung vorantreibt. Und das ist was, was wir mit unserem Vorschlag vorlegen. Aber was machen Sie denn in dem Vorschlag der Grünen? Sie haben vier unterschiedliche Preismodelle. Allein ist schon da. Sie haben zum einen eine CO2-Steuer, die Sie auf 60 Euro hochbringen. Sie haben zum Zweiten einen Emissionshandel, den Sie anpassen wollen. Sie haben zum Dritten CFDs, die Sie einführen wollen, zusätzlich zu einem vierten Punkt, nämlich dem EEG. Sie schaffen einen Wust von Maßnahmen, die alle einem Prinzip folgen. Und das ist das Problem. Dieser Maßnahmenmix folgt dem Prinzip Hoffnung. Und das Prinzip Hoffnung ist für den Klimaschutz das falsche Prinzip. Es geht um das Prinzip Sicherheit. Wir stellen ein anderes Modell dagegen. Wir stellen das Prinzip Sicherheit im Klimaschutz dagegen. Wir sagen, wir nehmen ein einheitliches Modell. Wir nehmen ein CO2-Limit. Und dieses CO2-Limit passen wir auf das 1,5-Grad-Ziel an. Und damit sind wir sicher, dass wir das auch einhalten. Und jetzt müssen wir über dieses CO2-Limit, jetzt müssen wir über dieses CO2-Limit natürlich alle anderen Maßnahmen darum herumbauen. Das heißt, wir brauchen ein einheitliches Modell des Klimaschutzes. Und das ist das Problem der Grünen. Sie machen schon so lange Klimaschutz. Sie haben schon so oft darüber diskutiert, wie ich hier unterschiedliche Maßnahmen Sie einbringen wollen. Sie haben so viele Linke gegen eine Handvoll vernünftiger Realos bei Ihnen antreten lassen, dass Sie Ihren eigenen Klimaschutz völlig verwässert haben. Niemand weiß mehr ganz genau, was Ihre Maßnahmen bringen. Und das ist das größte Problem dessen, was Sie hier heute vorgelegt haben. Das größte Problem ist, dass Sie keine Ahnung haben, ob Ihr Klimaschutzmodell überhaupt irgendwas bringt. Hoffnung ist das einzige Prinzip. Ich bin ein hoffnungsfroher Mensch. Ich hoffe auf viele Dinge. Aber ich möchte eine Politik machen, die sicher ist, die sicher ausgestaltet. Und das tun Sie nicht. Das tun Sie mit diesem Modell nicht. Und das ist das größte Problem. Das ist der größte Vorwurf. Man könnte es anders regeln. Man könnte sagen, und wir haben das in diversesten Anträgen schon vorgelegt, Wir legen ein CO2-Limit fest, sichergestellt, verhandeln dann den CO2-Preis über das Instrument, das der Menschheit, Bewiesenheit, dass es Knappheiten am effizientesten verteilt. Und das ist der Markt. Der Markt verteilt Knappheiten effizienter wie nichts anderes. Sie müssen die Knappheit schaffen. Das machen wir politisch. Aber die Verteilung, die funktioniert. Und die funktioniert exakt. Herr Trittin, Sie können noch was lernen davon. Diese Verteilung funktioniert exakt im Markt. Und das beweist das Instrument ja auch. Das hat er sogar geteilt, Herr Hofreiter. Der Herr Lindner teilt meine Meinung zum Glück. Sie haben ja nicht so eine einheitliche in Ihrer Partei, sondern wir haben ein klares Konzept, das dann funktioniert. Und wenn Sie das aufgerufen haben, dann können Sie diesen wunderbaren, dieses funktionierende Instrument, können Sie unterstützen mit Industriemaßnahmen. Da können Sie für einen funktionierenden Carbon-Liquid-Schutz sorgen. Dann können Sie auch darüber diskutieren, aus dem EEG auszusteigen, endlich. Und dann über einen CO2-Preis die Regelung zu machen. Dann können Sie von mir aus über CFDs diskutieren. Dann können Sie über Einzelmaßnahmen reden. Aber Sie brauchen doch erst mal einen Plan für Klimaschutz, der klar aufzeigt, wie es funktionieren kann. Und das ist das, was ich vermisse. Das Bundesverfassungsgericht zeigt uns ganz deutlich auf, dass wir eine Verantwortung für die Handlungsoptionen, für die Chancen kommender Generationen haben. Und das verpassen Sie mit diesem Antrag. Das verpassen Sie mit Ihrem Klimaschutzmodell. Wir müssen dafür sorgen, dass die Handlungen heute in Zukunft für mehr Technologien, für mehr Chancenräume, für mehr Möglichkeiten sorgen. Und das, meine Damen und Herren, das funktioniert nur mit einem einheitlichen Emissionshandel, mit einem einheitlichen CO2-Limit, dass wir auf das Pariser Abkommen abstimmen können. Meine Damen und Herren, das ist ein Weg für eine Technologieagenda, die sich gewaschen hat, für Klimaschutz, der funktioniert. Vielen herzlichen Dank. Ja, so umreist Lukas Köhler hier. Für die Liberalen ist er der klimapolitische Sprecher in der Fraktion und deren Position. Ja, die grünen Anträge und der grüne Gesetzentwurf liegt hier vor und wird hier debattiert. Aber Sie sehen natürlich auch auf der Regierungsbank Svenja Schulze, die ja dieser Woche Eckpunkte auch vorgelegt hat für eine Verschärfung des Klimaschutzgesetzes. Svenja Schulze wird übrigens auch noch sprechen. Jetzt hören wir aber erst mal Lorenz Göster-Beutin für Die Linke. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will mit einem Zitat von Nelson Mandela beginnen. Frei zu sein bedeutet nicht nur, seine eigenen Fesseln zu lösen, sondern ein Leben zu führen, das auch die Freiheit anderer respektiert und fördert. Ganz in diesem Sinne hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, Es gibt kein Recht, mit 200 km h mit dem SUV über die Autobahn zu brettern, wenn die Zukunft der kommenden Generationen verheizt wird. Freiheit bedeutet, die Lebensgrundlagen unserer kommenden Generationen zu erhalten. Das ist eine Absage. Eine Absage an den kurzfristigen Profit, an ein neoliberales Freiheitsverständnis, an die Freiheit des Ellenbogens. Freiheit bedeutet eben, dass wir ganz klar sagen, das geht nur mit Demokratie, das geht nur mit sozialer Gerechtigkeit und das geht nur mit dem Erhalt der Lebensgrundlagen der Menschheit. Und darunter darf es dieser Bundestag nicht mehr machen. Das Urteil zum Klimaschutzgesetz besagt, dass Deutschland durch die Verfassung verpflichtet ist, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Die Begrenzung der Erderhitzung auf 1,5 Grad, diese Verantwortung muss Deutschland und müssen wir hier im Bundestag wahrnehmen. Freiheit, Gerechtigkeit, internationale Verantwortung. Seit Jahren macht sich Die Linke genau dafür stark, hier im Bundestag. Und in den Beratungen 2019 über das sogenannte Klimaschutzgesetz haben wir gesagt, dass diese Bundesregierung diesen Verantwortung nicht gerecht wird. Und wir sind froh darüber, dass das Bundesverfassungsgericht unsere Einschätzung bestätigt hat. In einer Art wahlkämpferrascher Panikattacke hat jetzt die Bundesregierung die Erhöhung der Klimaziele auf den Weg gebracht. Das ist nicht unterfüttert durch ausreichende Maßnahmen. Und wir sehen, wie Söder in Bayern weiterhin daran festhält, die Windkraft auszubremsen. Wir sehen, wie Laschet weiterhin Dörfer abbaggern lässt, Menschen enteignet und vertreibt. Im Wirtschaftsministerium sitzen mit Herrn Altmaier und mit Herrn Scheuer weiterhin personifizierte Klimaschutzbremsen. Und liebe Annalena Baerbock, in Brandenburg habt ihr mitverhandelt mit CDU und SPD, dass man größere Windkraftabstände macht. Windkraftabstände bis zu 1500 Meter. Und das bedeutet, das sind größere Windkraftabstände, als Herr Laschet in NRW macht. Man muss sich doch irgendwann entscheiden, zu welcher Politik man steht. Mit dieser Union ist kein Klimaschutz zu machen. Mit dieser Union ist keine soziale Gerechtigkeit zu machen. CDU und CSU gehören auf die Oppositionsbank. Was ist der Unterschied der Klimapolitik der Linken zu den anderen Fraktionen? Wir wollen ganz klar Klimagerechtigkeit. Wir sagen, wir brauchen einen grundlegenden Systemwandel. Wir wollen die Gesellschaft sozial und ökologisch gestalten. Und wir wissen, dass es nicht reicht, den Kapitalismus nur Grünen anzumalen. Man muss ihn ganz grundlegend überwinden. Das Klima darf nicht wie bisher auf dem Rücken derer geschützt werden, die am Ende des Geldes noch viel zu viel Monat haben. Die Energiewende darf nicht weiter dazu führen, dass Millionen in Zahlungsschwierigkeiten geraten, wenn sie am Ende des Monats ihre Stromrechnung erhalten. Ich darf als Beispiel einfach anführen. In den letzten Jahren, während des Lockdowns, sind fast 300.000 Haushalten der Strom abgestellt worden und das Gas. Während des Lockdowns macht diese Bundesregierung Stromsperren, während sie die großen Konzerne raushaut. Ganz ehrlich, Ihre Aufgabe ist es, die Ärmsten und die Schwächsten dieser Gesellschaft zu schützen. Da haben Sie grundlegend versagt und dafür sollten Sie sich schämen. Und seit Jahren steigen die Strompreise, auch weil sie ohne Sinn und Verstand Fleischfabriken große Konzerne von der Unlage zum Ausbau der erneuerbaren Energien ausnehmen. Und Ihr neuster Coup, Sie wollen Mineralölkonzerne und Düngemittelhersteller und andere Unternehmen von der Zahlung des CO2-Preises entlasten. Das heißt, die größten Verschmutzer des Klimas wollen Sie von der Zahlung des CO2-Preises ausnehmen, während Sie auf der anderen Seite Mieterinnen und Mieter jetzt während des Lockdowns, während der Corona-Krise mit dem CO2-Preis weiter belasten. Dieser CO2-Preis ist nicht nur unwirksam, er ist sozial ungerecht. Unsere Forderung, den CO2-Preis auf die Vermieterinnen umzulegen, wie es Deutsche Umwelthilfe und Mieterbund fordern, haben Sie hier im Bundestag eine Absage erteilt. Ihr Klimaschutz ist sozial ungerecht und im September muss dem eine Absage erteilt werden, wenn wir die Zukunft der Menschheit erhalten wollen. Diese Bundesregierung hat keine Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft. Und Kanzlerin Merkel hat gestern noch mal im Petersberger Klimadialog gesagt, na, von Klimagerechtigkeit, von der besseren Finanzierung des globalen Südens, davon hält sie nichts. Sie will einen globalen CO2-Handel. Nein, man braucht keine immer neuen CO2-Börsen, die Zaubertricks, von denen vor allem die Anwälte, die Konzerne und die Beraterfirmen profitieren. Liebe Annalena Baerbock, es ist doch an der Zeit, dass man sich entscheidet an dieser Stelle. Es ist schon die Frage zwischen Opposition und Regierung und es ist die Frage, ob wir mit mehr Markt oder ob wir mit sozialer Gerechtigkeit Klimaschutz machen. Wir müssen Klimagerechtigkeit wagen. Wir müssen den sozialökologischen Umbau wagen dieser Gesellschaft. Nur so können wir die Demokratie und den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft erhalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Beutin. Als nächster Redner der CDU-CSU-Fraktion spricht Andreas Jung. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, wir brauchen jetzt mehr Tempo beim Klimaschutz. Wir machen jetzt mehr Tempo beim Klimaschutz. Aber ich will auch dazu sagen, wir können auf dem Erreichten aufbauen. Vor zwei Jahren haben viele gesagt, ihr werdet euer Klimaziel für 2020 nicht erreichen. Und heute wissen wir, wir haben es erreicht. Das lag ein bisschen zu einem kleinen Teil, zu einem bestimmten Teil an Corona und der Krise. Aber zu dem wesentlichen Teil sagt das Umweltbundesamt, liegt es daran, dass unsere Klimapolitik, unser Klimapaket wirkt. Und es gab viele, die gesagt haben, wenn jetzt die Krise da ist und Corona steht so im Mittelpunkt, dann ist doch die Gefahr, dass Klimaschutz hinten angestellt wird. Und wir haben das Gegenteil gemacht. Wir haben Pakete gemacht, nicht nur für Konjunktur, sondern für Zukunft und Milliarden investiert, beispielsweise in die Wasserstoffstrategie. Und darauf müssen wir jetzt aufbauen. Und wir können auch aufbauen auf das Klimaschutzgesetz. Das müssen wir jetzt in einem Teil nachbessern. Und da ist selbstverständlich, wir sind Rechtsstaatspartei, dass bei einem Gesetz, das unsere Regierung auf den Weg gebracht hat, am Ende mit einer breiteren Mehrheit im Vermittlungsausschuss verabschiedet hat, dass wir da Verantwortung dafür tragen. Und die Verantwortung für die Reparatur wird dann nicht der nächsten Regierung überlassen, sondern dass wir es jetzt tun, in dieser Legislaturperiode. Und das werden wir kraftvoll tun. Wir werden im Klimaschutzgesetz das Ziel der Klimaneutralität 2045 festschreiben, verbindlich im Gesetz festschreiben. Und damit ist es ein gesetzliches Ziel. Es ist vor allem aber eine Vision, hinter der es jetzt gilt, dass wir uns gemeinsam versammeln, wo wir sagen, das ist doch eine Aufgabe, nicht für Parteipolitik, für die ganze Gesellschaft, die wir angehen wollen, mit Innovationen. Innovationen sind für uns der Schlüssel, um den sozialen Ausgleich sicherzustellen, um die Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen, um gemeinsam voranzugehen mit den Potenzialen, die wir in unserem Land haben, mit den Forschern, mit der Entwicklung, mit den Menschen, die im Mittelstand, in der Industrie, mit den Ingenieuren, die an Lösungen arbeiten. Klimaschutz ist eine Menschheitsfrage. Aber Technologieführerschaft ist auch eine Überlebensfrage der deutschen Wirtschaft. Und darum geht es jetzt, dass wir uns gemeinsam hintendran machen, diese Visionen verfolgen und die Ziele umsetzen. Und dieser Aufgabe wollen wir uns jetzt nicht widmen, weil wir es müssen, wegen Karlsruhe, sondern weil wir es wollen. Es entspricht unserem Werten und unserer Überzeugung. Und diesen Weg mit Innovationen wollen wir gemeinsam gehen. Applaus Und da wurde immer gesagt, und es wird gefordert, richtet euch, orientiert euch an der Wissenschaft. Das tun wir. Es ist in der letzten Woche ein umfangreiches Gutachten, eine Studie vorgestellt worden, an der viele Experten und Wissenschaftler gearbeitet haben. Und die sagen, ja, das Ziel, ein klimaneutrales Deutschland 2045, das ist ehrgeizig. Aber es ist möglich. Und Sie sagen, das Ziel, das wir jetzt auch festschreiben in dem Gesetz im Jahr 2030, die Treibhausgase um 65 Prozent zu mindern, das ist ein wesentlicher, wichtiger Meilenstein, so ist dort formuliert, ein Meilenstein auf dem Weg zur Klimaneutralität 2045. Und genau so werden wir es in diesem Gesetz festschreiben. Und dann ist richtig, das eine sind die Ziele. Wenn man höhere Ziele erreichen will, dann braucht man dazu Maßnahmen. Und auch wahr ist, wir werden jetzt nicht in wenigen Wochen schon den Masterplan bis 2045 oder 2030 in jedem Detail fixieren können. Aber was wir machen müssen, ist jetzt ein Startpaket, ein Beschleunigungspaket, eine Startrampe zur Erreichung der höheren Klimaziele. Und dazu sind wir, will ich hier sagen, ganz ausdrücklich bereit, auch noch in dieser Legislaturperiode, wir sind bereit, an den Pfad der CO2-Bepreisung ranzugehen, weil wir vertrauen in marktwirtschaftliche Instrumente. Dass wir jetzt reden über mehr Ambitionen, liegt ja an Europa. Ziele, die in der deutschen Ratspräsidentschaft umgesetzt wurden, wo wir mehr Europa wollen, wo wir dort die marktwirtschaftlichen Instrumente, den Emissionshandel stärken wollen, aber auch hier im Land. Und deshalb wollen wir diesen Pfad straffer ausgestalten. Wir wollen früher den Markt erreichen. Wir wollen sprechen darüber, was wir jetzt noch für erneuerbare Energien tun können, welche Maßnahmen über alle Sektoren hinweg wir in einem solchen Beschleunigungspaket jetzt noch verankern können. Und das ist unsere Botschaft. Wir müssen jetzt handeln, aber vor allem wir wollen handeln. Und diese Aufgabe gehen wir beherzt an. Herzlichen Dank. Vielen 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 Dank. Frau Präsident. Frau Präsidentin. Vielen Dank. 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 Ich bin jetzt bei dem Gesetz. Ich bin jetzt am Reden. Ich bin jetzt am Reden. Wir können gleich weitermachen. Aber die beiden Fragen, die Frau Baerbock Ihnen gestellt hat, die haben Sie hier nicht beantwortet. Sie haben weder die Frage beantwortet, ob Sie bereit sind, jetzt das Ausbauziel konkret anzuheben. Das wird nötig sein, wenn Sie tatsächlich Ihre Ziele erreichen wollen. Dann reden wir davon, dass in den nächsten zehn Jahren so viel erneuerbare Kapazität in Deutschland dazu gebaut werden muss, wie in den 20 Jahren, seitdem wir, Sozialdemokraten und Grüne, gemeinsam das EEG verabschiedet haben. Warum sagen Sie dazu nicht ja oder nein? Und was ist Ihre Haltung zu der Frage, wie man umgeht mit der Forderung von Herrn Dobrindt, zu einem höheren CO2-Preis zu kommen? Das ist doch eine Diskussion über den CO2-Preis. Der ist an Doppelmoral überhaupt nicht zu übertreffen. Die FDP stellt sich hin und sagt, wir wollen das als einziges Instrument. Da kommt der CO2-Preis von 25 Euro. Dann stellt sich Herr Lindner in der Bild-Zeitung hin und sagt, der ist zu hoch. Soll ich Ihnen mal sagen, wie hoch der Markt zurzeit das CO2 bewertet? Stand von gestern, Leipziger Börse, 50 Euro. Und die letzte Bemerkung. Wenn Sie gesagt haben, Sie wollen keine kalte Erhöhung an dieser Stelle. Sie sind seit zwölf Jahren an der Regierung. In diesen zwölf Jahren hat diese Bundesregierung zu verantworten die Vernichtung von 200.000 Arbeitsplätzen in den erneuerbaren Energien. Das ist praktizierte Deindustrialisierung und ein Schlag gegen den Klimaschutz gewesen. Frau Ministerin, wollen Sie antworten? Sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich sehe ja, dass eine Wahl vor uns steht und dass es wichtig ist, diese Wahlauseinandersetzung auch zu führen. Aber Sie verlangen eine Antwort einer Bundesregierung, die jetzt letzte Woche ein Urteil bekommen hat zu dem Klimaschutzgesetz. Was wir jetzt tun, ist, so schnell wie möglich dieses Urteil umzusetzen. Und das tun wir in einer Rekordgeschwindigkeit. Wir haben wirklich innerhalb, ohne dass wir die Begründung des Gesetzes schon im Detail hatten, ohne die Begründung des Urteils, hier sehr schnell reagiert und jetzt ein neues Klimaschutz vorgelegt. Das wird jetzt Mittwoch durch das Kabinett gehen und dann wird es hier im Parlament diskutiert werden. Sie haben noch vor wenigen Wochen hier gesagt, wie wichtig es ist, sich ambitionierte Ziele zu setzen. Und das ist jetzt das Erste, was es tut, was wir tun. Wir setzen diese ambitionierten Ziele. Und lassen Sie uns in den Wettstreit der Ideen gehen. Wir haben als SPD sehr deutlich gemacht, dass wir die erneuerbaren Energien ausbauen wollen. So, und lassen Sie uns doch jetzt darüber reden. Wie schaffen wir das denn von Baden-Württemberg bis Schleswig-Holstein? Das wird jetzt der Wettstreit der Ideen werden. Wer schafft es denn real, die Infrastrukturen so auszubauen, dass wir die Erneuerbaren voranbringen, dass wir die Infrastrukturen schaffen für Wasserstoff, dass wir den Gebäudesektor wirklich CO2-frei kriegen? Das wird jetzt der Wettstreit der Ideen werden. Ich glaube, alle Parteien haben dafür, naja, fast alle Parteien haben dafür Konzepte. Die SPD legt ihren Plan am Sonntag auf den Parteitag vor. Ja, und da verabschiedet die SPD ihr Bundestagswahlprogramm und der Wettstreit der Ideen, der wird sich dann wohl in den Bundestagswahlkampf weiter fortsetzen. Ja, nach diesem interessanten Dialog zwischen dem ehemaligen Bundesumweltminister Jürgen Trittin und der derzeitigen Bundesumweltministerin hören wir jetzt weiter in die Aussprache mit der nächsten Rednerin, Marie-Luise Dött für die Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es besteht kein Zweifel, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von letzter Woche ist außergewöhnlich. Es ist bemerkenswert, aber auch herausfordernd. Die Union steht zu den internationalen Vereinbarungen von Paris. Es ist unsere Aufgabe, dass wir den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad begrenzen. Deutschland hat bislang stets geliefert. Wir haben unser nationales Ziel, die Treibhausgase bis 2020 im Vergleich zu 1990 um 40 Prozent zu reduzieren, erreicht, und wir werden auch die neuen Herausforderungen meistern. Entscheidend ist nun aber, wie wir einerseits dem Urteil gerecht werden und andererseits die noch höheren Klimaziele erreichen können. Die Union ist bereit für noch mehr Klimaschutz, wenn die Leitplanken richtig gesetzt werden. Und wir so die unterschiedlichen Interessen der gesamten Gesellschaft zusammenführen. CDU und CSU sind bereit für mehr Klimaschutz, wenn er weiterhin europäisch und international abgestimmt ist. Die EU-Klimazielerhöhung hat natürlich Auswirkungen auf Deutschland und auf unser nationales Ziel für 2030. Also hätten wir das Bundesklimaschutzgesetz ohnehin Änderungen ändern müssen. Allerdings wird die EU erst im Juli neue Vorschläge unterbreiten, welche zusätzliche CO2-Reduktion der europäische Emissionshandel liefern soll und wie hoch die Emissionszuweisungen in den Sektoren Verkehr, Wärme und Landwirtschaft für die einzelnen Mitgliedstaaten sind. Das heißt konkret, wir wissen noch gar nicht, wie die Lastenteilung innerhalb Europas aussehen wird. Wir brauchen also einen Anpassungsmechanismus im Bundesklimaschutzgesetz, der Reaktionen auf EU-Entscheidungen zulässt. CDU und CSU sind bereit für mehr Klimaschutz, wenn wir nicht bei einem Verkündigungswettbewerb immer höherer Ziele stecken bleiben, sondern den Weg dorthin alsbald mit konkreten Maßnahmen unterfördern. Das gebietet schon allein die Transparenz, die wir den Bürgerinnen und Bürgern schuldig sind. Und wir sollten auch über die Kosten der einzelnen Maßnahmen Auskunft geben. Denn eine immer steigende Staatsverschuldung ist auch nicht im Sinne der zukünftigen Generationen. Lassen Sie uns beispielsweise über eine ökologische Steuerreform reden, über weitere Beschleunigungen bei Planungs- und Genehmigungsverfahren, über die Abschaffung der EEG-Umlage, über mehr Digitalisierung. CDU, CSU und CSU sind bereit für mehr Klimaschutz, wenn wir das Prinzip der Technologieoffenheit endlich vollständig in die Praxis umsetzen. Wenn wir unser Land wirklich klimaneutral aufstellen wollen, dann darf es keinen ideologischen Ausschluss von unliebsamen Technologien geben. Wir müssen alle Register ziehen. Das heißt konkret eine Neubewertung von der unterirdischen Speicherung von CO2, kurz CCS. Das bedeutet den Einsatz von nachhaltiger Bioenergie. Das bedeutet noch mehr Anreize für Wasserstoff. Das bedeutet strombasierte Kraftstoffe und das bedeutet grüne Gentechnik. Wenn wir Klimaneutralität als Gesellschaft schaffen wollen, dann kommen wir um solche vielleicht unpopulären Debatten nicht herum. Auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu, die wir den Menschen in unserem Land schuldig sind. CDU und CSU sind bereit für mehr Klimaschutz, wenn das Prinzip der Nachhaltigkeit beachtet wird. Klimaschutz ist und bleibt eine Querschnittsaufgabe und hat somit Auswirkungen auf viele Gesellschaftsbereiche. Natürlich entstehen durch neue Klimainnovationen auch neue Jobs, keine Frage, aber es fallen auch an anderer Stelle Arbeitsplätze weg. Die Union steht für Klimawohlstand, die Sicherung von Arbeitsplätzen, die Sicherung unseres Wohlstands, die Sicherung von Investitionen in den Klimaschutz und somit die Sicherung der öffentlichen Akzeptanz für eine ambitionierte Klimaschutzpolitik. Vielen Dank. Marie-Luise Dött war das für die CDU und CSU-Fraktion, die Sprecherin für Umweltpolitik unter anderem. Und jetzt hören wir als Nächsten hier in der Aussprache... Ich lasse immer 20 Sekunden vor Ende einer Rede das Licht aufleuten. Klaus Mindrup für die SPD. Und das frage ich nicht für einen Freund, ob die Redezeit zu Ende ist oder nicht, oder ob Sie Ihre Rede beenden wollen oder nicht, sondern es soll die Möglichkeit geben, einen schönen Abschlusssatz zu bilden. Und ich bitte, das bitte zu berücksichtigen an einem Freitagnachmittag. Das ist eigentlich auch ein Signal im Rednerpult. Aber das kann dann schon mal übersehen werden. Klaus Mindrup für die SPD jetzt. Vielen Dank, Frau Annalena Baerbock. Wir waren ja gemeinsam in Paris auf der Klimakonferenz, als der berühmte Hammer fiel. Und ich dachte, wir sind uns in vielen Punkten des Klimaschutzes einig. Es wäre schön, wenn Sie mir zuhören würden. Aber das, was jetzt hier passiert, irritiert mich schon. Ende Dezember forderte Ihr Co-Parteivorsitzender Robert Habeck 65 Prozent Absenkung als neues deutsches Klimaschutzziel für 2030. Dann setzen wir uns in der EU für eine Zielerhöhung ein. Dann nutzen wir den Rückenwind des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes. Und unsere Umweltministerin Svenja Schulze legt in Rekordzeit ein Klimaschutzgesetz mit genau dem Ziel vor, das Robert Habeck vor fünf Monaten gefordert hat. Und was passiert dann? Tony Hofreiter lässt sich in der Presse wieder aus und sagt, dass er fassungslos sei, dass das alles nicht genug wäre und wir mindestens 70 Prozent Reduktion bräuchten. Sind wir denn hier Marktschreier oder was ist das hier für eine Veranstaltung? Es kommt doch am Ende darauf an, was wir umsetzen. Und das ist das Entscheidende im Interesse der kommenden Generationen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben eben von den Grünen gesagt, dass es Ihnen auch um die Industrie geht. Uns droht nämlich eine weitere große Gefahr. Man kann die nationalen Klimaschutzziele durch Deindustrialisierung erreichen, weil der CO2-Fußabdruck von Importen nicht mitberechnet wird. Das ist ein großes Problem. Das müssen wir ändern. Aber wir müssen vor allen Dingen den Unternehmerinnen und Unternehmern helfen, dass sie Zeit haben für die Umstrukturierung. Und dass sie investieren können in neue Klimatechnologien. Und da gab es einen Entschließungsantrag aus der Koalition, genau das zu tun, als wir hier die CO2-Bepreisung gemeinsam eingeführt haben. Und da haben Sie Grünen dagegen gestimmt, gegen unseren Industriestandort. Und das zeigt, dass Sie in dieser Frage nicht ehrlich sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und was mich komplett besorgt, ist, dass Sie in Ihrem Antrag fordern KfW 55 Standard für die Altbausanierung. Wer sich damit nicht genau auskennt, das ist ein höherer Standard als der Neubau in Deutschland. Und ich habe gestern noch mit einem Spezialisten gesprochen, der sagt mir, Herr Mindrup, das kriegen Sie in Ihrem Prenzlauer Berg nur durch einen flächendeckenden Abriss geregelt. Und das kann doch nicht wahr sein. Das ist unsinnig, das ist nicht nötig, das ist zu teuer, nicht bezahlbar und ist völlig unsozial. Und dann haben Sie in Ihrem Antrag eine weiße Salbe geschrieben. Sie wollen, ich zitiere wörtlich, Transformationszuschüsse für die Menschen mit niedrigem Einkommen. Ich kann Ihnen nur sagen, was meine Nachbarn in der Genossenschaft wollen. Sie wollen erneuerbaren Strom, erneuerbare Wärme, erneuerbares Gas und das zu bezahlbaren Preisen. Und Sie wollen das als Prosumer daheim zu Ort weitgehend herstellen. Und das ist etwas anderes, als zu Empfänger von Transferleistungen zu werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich kann es auch sagen mit dem Papst Franziskus, und damit komme ich dann auch zum Ende. Wir kommen nicht umhin, anzuerkennen, dass ein wirklich ökologischer Ansatz sich immer in einen sozialen Ansatz verwandelt, um die Klage der Armen ebenso zu hören wie die Klage der Erde. Klimaschutz muss sozialpolitisch funktionieren. Der Grundgedanke der Solidarität muss vertreten werden. Und das tut die SPD. Und da bitte ich Sie um Unterstützung. Herzlichen Dank. Klaus Mindrup war das für die SPD-Fraktion. Und wenn wir nochmal auf das schauen, was die Grünen fordern, und er hat es ja angesprochen, das Klimaschutzziel solle für 2030 auf eine Treibhausgasreduktion um 70 Prozent angehoben werden. Anja Weisgerber von der CDU-CSU-Fraktion. In den Eckpunkten der Bundesregierung. Die sieht eine Treibhausgasreduktion um 65 Prozent bis zum Jahr 2030 vor. Anja Weisgerber jetzt für die CDU-CSU. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Ja, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist ein klarer Auftrag. Und diesen Auftrag werden wir annehmen und auch unabhängig von diesem Urteil unsere Klimaschutzpolitik konsequent fortsetzen. Und die Menschen dabei mitnehmen. Denn das ist unser Ansatz. Angela Merkel hat auf europäischer Ebene durchgesetzt, dass das EU-Klimaziel von 40 auf 55 Prozent angehoben wird. Das bedeutet automatisch, dass das deutsche Klimaziel angepasst wird. Und genau das machen wir. Das stand ohnehin bevor. Und das setzen wir jetzt auch konsequent im Klimaschutzgesetz um. Mit was setzen wir es um? Mit einem Dreiklang aus Förderinstrumenten, wo wir die Menschen mitnehmen beim Umstieg auf Klimatechnologien, auf klimafreundliche Technologien, mit der CO2-Bepreisung und mit mehr Verbindlichkeit mit dem Kontrollmechanismus, der im Klimaschutzgesetz schon angelegt ist. Und ja, dieser Dreiklang, der wirkt. Denn wir haben unser Klimaschutzziel 2020 allen ungen Rufen zum Trotz erreicht. Warum haben wir es erreicht? Nicht wegen Corona, sagt der Oberpräsident. 39 Prozent plus ohne Corona, plus minus. Also das ist ein Märchen, das man immer behauptet wegen Corona. Wir haben es erreicht, nicht die Grünen haben es erreicht. Wir haben es erreicht, nicht die Grünen, sondern die Regierungskoalitionen. Und das gilt es an der Stelle auch mal festzustellen, meine Damen und Herren. Mit welchem Instrument? Vor allem mit unserem Leitinstrument. Das unser Konzept ist. Der marktbasierte Emissionshandel auf europäischer Ebene wirkt. Ja, er ist die erfolgreiche Antwort. Dadurch reduzieren wir kontinuierlich die CO2-Emissionen. Und dieser Emissionshandel wird auf EU-Ebene jetzt noch mal verschärft. Es wird auch im Flugverkehr noch mal verschärft. Er wird ausgeweitet auf den Schiffsverkehr. Und in Deutschland haben wir genau da, wo wir die CO2-Emissionen reduzieren müssen, einen eigenen Brennstoffemissionshandel nach diesem Modell, einen Emissionshandel eingeführt und sind damit Vorbild für ganz Europa. Und die EU wird da jetzt auch nachziehen. Das ist auch ein Erfolg unserer Klimapolitik, meine Damen und Herren. Ja, CO2 ist die neue Währung. Der CO2-Preis zeigt einfach, dass es ein Game-Changer ist, wenn wir auf die Bepreisung setzen. Und der entscheidende Schritt für den Klimaschutz, der uns nach vorne bringt, ist eben auch, die Strompreise zu senken. Das ist der Ansatz. Denn wenn wir überall jetzt umsteigen, auf Elektromobilität, auf Wärmepumpe, dann müssen wir die Strompreise senken. Und mit den Einnahmen aus dem Emissionshandel auf europäischer und auf nationaler Ebene die EEG-Umlage reduzieren. Und das ist auch schon angelegt in unseren bisherigen Beschlüssen. Und diesen Weg, den müssen wir jetzt konsequent weitergehen. Denn über die Senkung des Strompreises bekommen wir auch den Schub für Sektorkopplung und für mehr Klimaschutz, meine Damen und Herren. Diese Instrumente wirken. Und das sagen auch die Richter des Bundesverfassungsgerichts. Sie sagen aber, es geht um die Frage der Generationengerechtigkeit. Und diese Frage, die sollte man, oder diese Antwort des Verfassungsgerichts, die sollte man, ehrlich gesagt, auch mal auf andere Politikfelder anwenden, wie zum Beispiel der Finanzpolitik, meine Damen und Herren. Das, was das Bundesverfassungsgericht fordert, ist, wir müssen bis 2030 ambitionierter werden, damit die Lasten für die kommenden Generationen reduziert werden. Und wir müssen den Weg nach 2030 bis zu unserem Ziel der Klimaneutralität konkreter beschreiben. Genau das werden wir jetzt machen in der Änderung des Klimaschutzgesetzes. Wir werden auch ein Maßnahmenpaket vorlegen, wo auch das Thema Strompreissenken und marktbasierte Instrumente im Mittelpunkt steht. Wir setzen auf eine Verbindung aus Ökonomie und aus Ökologie zusammen mit der Akzeptanz der Menschen und nicht auf ein höher, schneller, weiter der Grünen, die nur immer weiter die Ziele raufsetzen. Wir brauchen die Grünen nicht mehr machen. Wir machen selber eine gute Klimaschutzpolitik, meine Damen und Herren. Vielen Dank, liebe Kollegin Weisgerber, sagt hier die Unionsabgeordnete. Wir brauchen die Grünen nicht, machen selbst guten Klimaschutz. Heute wurde aber über die Vorschläge der Grünen zumindest debattiert. In der nächsten Woche dann vielleicht schon über das neue Klimaschutzgesetz der Bundesregierung. Letztes Wort hier in dieser Debatte Jens Köppen, wiederum für die CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mal persönlich anfangen. Mir gefällt Ihre Überschrift. Klimaschutz ist jetzt, und genau so ist es. Klimaschutz ist jetzt und in Deutschland und ziemlich gut. Deutschland ist da sehr ambitioniert. Und das ist auch wirklich, ich sage mal, nicht ohne. Und der Kollege Köhler hat es ja gerade auch in der Rede gesagt. Das Verfassungsgerichtsurteil hat nichts anderes gesagt, hat nichts anderes gesagt, dass das so in Ordnung ist. Das ist so. Und wenn Sie das nicht glauben, dann hören Sie sich die Rede einfach noch mal an. Und das, was Deutschland leistet, ist einzigartig. Zeigen Sie mir ein einziges Land, ein Industrieland, ein vergleichbares Land, was es besser macht als Deutschland, ohne die Kernenergieerzeugung. Das werden Sie nicht finden. Und deswegen ist alles das, was Sie in den Anträgen geschrieben haben, ziemlich, naja, ich sage mal, ziemlich ideologisch. Ihre Maßnahmen sind auch ganz kurz zusammengefasst. Sie setzen auf blinden Ausbau. Das haben Sie schon immer gemacht. Kein Wort zur Nutzung, kein Wort zur Verfügbarkeit. Sie setzen auf Verbote, kein Wort zu Anreizen, kein Wort zur Technologie. Sie setzen auf Bevormundung, kein Wort zu Anreizen. Sie setzen auf Zwangssanierung von Einfamilienhäusern. Sie setzen auf das Verbot der Verbrenner, statt dort Verbesserungen in dem Bereich mitzutragen. Sie setzen auf einseitige Mobilität, anstatt Vielfalt neuer, anderer Technologien mit auf den Weg zu bringen. Sie setzen auf das Aus von ganzen Industriezweigen. Sie setzen das Aus auf das Aus von Nord Stream 2. Sie setzen auf Protektionismus. Sie setzen auf Nationalismus, und zwar auf Klimanationalismus. Und Sie müssten aber wissen, dass Klimaschutz nur und ausschließlich nur global zu lösen ist und nichts anderes. Und das, was Sie machen, ist Klimaschutz auf dem Papier und nichts anderes. Und es geht weiter. Nächster Punkt, das ist die Versorgungssicherheit. Nichts davon ist zu lesen. Nichts. Bezahlbarkeit spielt bei Ihnen überhaupt gar keine Rolle. Akzeptanz war noch nie ein grünes Thema. Noch nie. Die Windräder stehen ja irgendwo im Wald oder sie stehen irgendwo im ländlichen Raum. Und die PV-Anlagen stehen auf dem Acker und nicht im Prenzlauer Wert. Das ist Ihnen alles völlig egal. Das ist Ihnen alles völlig egal. Und nächster Punkt, Onshore. Wind Onshore. Ohne eine Aussage zur Flächenverfügbarkeit. Denn die ist einfach schlicht und ergreifend nicht mehr da. Und da können Sie die Ziele noch so hochschrauben. Sie werden keine Flächen mehr bekommen. Der nächste Punkt ist Wind Offshore, 35 GW und 20 GW. Sie kennen das alles. Die Netzkapazität reicht jetzt schon nicht aus. Und beim Kohleausstieg, da muss ich noch sagen, das haben Sie mit gefeiert. Haben sich feiern lassen auf den Straßen. Und jetzt nach einem Jahr ist da schon wieder Schluss. Also dieser Überbietungswettbewerb hilft niemandem. Wir brauchen bei dieser Mammutaufgabe, wo sich alle Regierungen bis jetzt die Zähne ausgebissen haben, brauchen wir Lösungen statt monatlich neue Zubauraten. Wir brauchen Wettbewerb der kreativen Ideen. Wir brauchen den internationalen Emissionshandel, der ausgebohrt werden muss, statt die Komfortzone EEG. Wir brauchen Versorgungssicherheit statt Abredeigung. Und Technologieoffenheit, Technologieoffenheit und Technologieoffenheit. Aber das bringen Sie nicht zusammen. So, Jens Köppen war das für die Unionsfraktion letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt. Die Grünen haben hier vorgelegt, sie drängen auf mehr Klimaschutz noch vor der Wahl. All das möchte die Bundesregierung auch, legt auch ein verschärftes Klimaschutzgesetz vor. In der nächsten Woche soll es durchs Kabinett. Und drei Wochen hat der Bundestag noch Zeit, das Ganze hier durch das parlamentarisches Verfahren zu bringen. Denn das sind die letzten Sitzungswochen vor der Bundestagswahl. Und das Thema Klimaschutz, da kann man heute der Debatte zumindest nach dieser Debatte erahnen, dass das ohnehin im Wahlkampf ein großes Thema werden wird.